Was ist die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, Sie sehen es im Hintergrund, das Bild mit den beiden fragenden Herrschaften. Die Dame und der Mann sitzen da sozusagen und schauen mich hier ganz groß an und fragen mich, Mensch, was ist denn eigentlich die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rente? Ja, meine Damen und Herren, die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rente dient grundsätzlich erst einmal in Anführungsstrichen nur für die Regelaltersrente, aber auch für die Erwerbsminderungsrente und auch für die Hinterbliebenenrente. Also sie hat da eine ganz wichtige Funktion. Die allgemeine Wartezeit erfasst sozusagen mehrere gesetzliche Rentenarten. Sie muss dann auch für diese Rentenarten tatsächlich bei Beginn der jeweiligen Art der Rente vorliegen, also bei der Regelaltersrente zum Beispiel genau an dem Tag, wo die Regelaltersrente beginnt. Meine Damen und Herren, die allgemeine Wartezeit ist nichts anderes als die Zugangsvoraussetzung für die Regelaltersrente, aber auch für die Rente wegen Teilweiser und voller Erwerbsminderung und Renten wegen Todes, hatte ich schon gesagt. Die allgemeine Wartezeit sind nichts anderes als 60 Kalendermonate Beitragszeiten, das heißt 5 Jahre Beitragszeiten. Diese Beitragszeiten müssen nicht zusammen hintereinander da sein, sondern sie können auch bezogen auf das gesamte Versicherungsleben irgendwo im Versicherungsverlauf, im Kontenverlauf ihrer Rentenansprüche sich ergeben. Das kann im Jahr 1987 drei Kalendermonate sein, im Jahr 1990 zwölf Kalendermonate, im Jahr 2023 zwölf Kalendermonate, im Jahr 2020 zwölf Kalendermonate und so weiter. Und so rechnet sich das sozusagen zusammen. Was ist das eigentlich? Die Beitragszeit, Beitragszeit ist nichts anderes als jeweils ein Kalendermonat, entweder als Pflichtbeitragszeit oder Zeiten einer freiwilligen Versicherung oder Zeiten, in denen Pflichtbeiträge als gezahlt gelten. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, sogenannte Ersatzzeiten sind auch anrechenbare Zeiten. Ersatzzeiten sind zum Beispiel die Zeiten der ungerechtfertigten Inhaftierung in der ehemaligen DDR. Meine Damen und Herren, es gilt grundsätzlich immer das Kalendermonatsprinzip. Das heißt also, ein Tag im Monat Februar 2024 mit einer Pflichtbeitragszeit, also Sie haben an diesem einen Tag eine Pflichtbeitragszeit von meinetwegen 60 Euro nachgewiesen, dann gilt dieser Monat Februar 2024 als voller Kalendermonat für die Beitragszeit. Das heißt also, dieser eine Monat gilt dann als voller Kalendermonat, als Wartezeit für die allgemeine Versicherung, für die allgemeine Wartezeit. Meine Damen und Herren, noch ein ganz wichtiges Thema, was wir nicht vergessen dürfen, ist die sogenannte Wartezeitfiktion bei Altersrenten. Die Wartezeitfiktion bei Altersrenten ist eine rentenrechtliche Besonderheit. Für die Regelaltersrente gilt die allgemeine Wartezeit immer als erfüllt, also die wird fingiert, die Wartezeit, wenn bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen Erwerbsminderung oder eine Erziehungsrente bezogen wurde. Das heißt also, wenn jemand eine Rente wegen Erwerbsminderung bis ein Tag vor Erreichen der Regelaltersgrenze bezogen hat, dann gilt die Wartezeit von fünf Jahren als erfüllt. So steht es im Gesetz geschrieben und zwar in § 50 SGB VI. Da bitte gerne mal nachlesen, das finden Sie im Internet. Dann haben wir aber auch noch die Wartezeitfiktion für die hinterbliebenen Renten und auch bei den hinterbliebenen Renten gilt, wenn der Versicherte, also der Verstorbene Versicherte bis zu seinem Tode eine Rente bezogen hat, dann gilt sozusagen dieser Rentenbezug als Wartezeit für die fünf Jahre. Denn wir wissen, dass der Verstorbene eine Wartezeit von mindestens fünf Jahren allgemeine Wartezeit nachweisen muss, damit der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine hinterbliebene Rente haben kann. In dem Zusammenhang auch da bitte zu merken, eine Erziehungsrente ist zwar eine Rente wegen Todes, aber eine Rente aus eigener Versicherung und da gilt die Wartezeitfiktion eigentlich. Also was heißt nicht eigentlich, sondern die gilt dann eben nicht. Meine Damen und Herren, viele fragen sich, warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Das ist doch alles bekannt. Ja, das mag sein, ist bekannt. Aber viele von Ihnen haben da immer wieder Fragen, zum Beispiel auch zum Thema Kindererziehungszeiten. Kann ich denn mit zwei Kindern, die vor 1992 geboren sind, diese fünf Jahre Wartezeit erreichen und dann eine Regelaltersrente bekommen? Na logisch können Sie das damit erreichen. Die Kindererziehungszeiten für ein Kind vor 1992 geboren bringen Ihnen 30 Kalendermonate Kindererziehungszeiten, wenn diese Kindererziehungszeiten Ihnen als Frau oder als Mann zugeordnet worden sind. Das heißt für zwei Kinder 30 mal 2 sind hier nach meiner Rechnung 60 Kalendermonate, fünf Jahre Wartezeit also erfüllt. Pro Jahr haben wir ja zwölf Kalendermonate. Das heißt also, es reicht aus, wenn Ihnen zwei Jahre, wenn Ihnen für zwei Kinder die Wartezeiten von 30 Kalendermonaten zugeschrieben worden sind, sind Ihre Kinder aber nach 1992 geboren, dann bekommen Sie pro Kind 36 Kalendermonate Wartezeiten anerkannt. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wie hoch die Regelaltersrente ist bei zwei Kindern, bei zwei Kindern, wo Sie die Kindererziehungszeiten zugeordnet bekommen. Darum geht es in diesem Beitrag nicht, sondern es geht wirklich nur um die Frage, ob hier die Wartezeiten entsprechend ausreichen. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Wartezeit, allgemeine Wartezeit im gesetzlichen Rentenrecht. Wir werden in den nächsten Videos uns dann zu den weiteren Wartezeiten einfach mal noch nochmal äußern und Ihnen hier auch ein bisschen Wissen vermitteln wollen, damit es dann für Sie einfacher ist, einzuschätzen, ob Sie rentenrechtliche Ansprüche auf eine Altersrente, auf eine Erwerbsminderungsrente oder eine hinterbliebene Rente haben können, wenn es um die Frage der Wartezeit geht. Näheres zum Thema Wartezeit finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.